Musik Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Über ein Jahr. Über ein Jahr ist es jetzt schon her, dass ich einen von euch Schluchten-Scheißen in die Finger bekommen hab. Und soll ich euch noch ein paar Zahlen sagen? Sieben Jahre sind vergangen, dass ich das letzte Mal bei UKWA einen Titel um die Hüften getragen hab. Und diesen Titel hab ich zusammen mit Juvenile X über 364 Tage gehalten. Und am 10.07. im Sportzentrum Raba, da hol ich mir den nächsten Titel von UKWA und bring ihn zurück nach Deutschland. Falkenstein, Roller und Mudo, nutzt die Zeit und macht euch bereit. Denn ich bin's.